Achso, und ich hätte mir auch aufgeschrieben, wo denn... Ich wollte ja eigentlich selbst gucken, aber... Ich weiß jetzt auch, wo das andere... ...Rad ist. Das ist nämlich bei den Zirkusleuten. So, äh... Bergwerksglocke... Nee, ich möchte gerne Flügel. Ähm, Kujara Ranch... Summit ist, glaub ich, Anlage, oder? Was ist da mit... Ne, Schuppen ist eigentlich so... Hat einen anderen Namen. Gibt vielleicht auch einen anderen Namen. Ich gehe mal Ranch. Weil da bekommen wir nämlich einen... ...Pilz oder Frucht, oder was das auch immer ist. Ähm... Wo wir... ...bestimmen können, ob wir heulen oder... ...weinen, äh... ...heulen oder lachen. So. Eine Leiter. Wow. Ich weiß jetzt nicht mehr... ...wo das genau war. Oh Mann, ey. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir hier oben... ...ich meine, da wäre eine Geistertür gewesen, oder? Ja, das ist eine Geistertür. Ach, fuck, ey. Leiter hoch, nach links gleiten. Hm. Hm. Ach, komm, ey. So, fuck dich. Ach, ja. Oh nein. Ach, Mann, jetzt habe ich das geschafft. Ich habe das Gefühl, dass das nicht hier ist. Ach, Gott, ey. Das kotzt mich jetzt an. Äh. Aber es war ja jetzt nicht wirklich schwer. Ich hoffe mal, dass mein eingefrorenes Viech noch da ist. Ja. Ja. Weil dann heilen wir uns... Können wir uns heilen? Nee, natürlich können wir uns nicht heilen. Ach, geht mir das jetzt gerade auf den Sack, ey. Ähm. So, was haben wir denn... Wir haben doch uns doch Wasser geholt. Ist da schon das Wasser? Jetzt ist Heißwasser. Fuck. Oh, Mann. Dann muss ich jetzt nochmal zu dem Scheiß... Dongling, ich glaube, wenn wir die benutzen, dann kommen wir doch ganz am Anfang hin, oder? Nee, das ist gut. Nö, 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 nö. Dann tun wir uns jetzt nämlich heilen. Wir müssen aber... Bin ich doof? Wir haben doch irgendwas, womit wir uns heilen können. sonnö, nö, 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 nö. Und ich glaube... Hm. So. Ah, Mann, ey. Hm. So, ich möchte jetzt gerne erstmal in die komische Zirkusstadt da. Aha, mein Rücken, Alter. Ai, ai, ai. Wenn man sich mal ein bisschen bewegen, dann tut einem direkter Rücken schon wieder weh. Der ist ja auch gut versteckt hier. So. Ich meine, das wäre hier drin gewesen, oder? Dreiecksrad. So. Das kann ich ja schon mal wegmachen hier, so. Dann gehen wir jetzt da hin. Dann können wir ja hingehen, das ist ja nicht allzu weit weg. So, unten wurde noch gesagt, diese komischen grünen Viecher kann man mit unserem Haken zerstechen. Und dann werden die zu Plattform. Ich dachte eigentlich, ich hätte das ausprobiert. Oder man muss sie in einem bestimmten... Ähm... In einem bestimmten Punkt berühren. Wow. Habe ich das echt nicht probiert? Ach, bist du beh... Warum springt er denn nach oben? Ach, Mann, ey. Ende. Ja. Ich drücke die falsche Taste. So. Es ist schön, dass wir hier beginnen. Tatsächlich. Tatsächlich. So, stirb. Wow. Och man, ey. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das jetzt anziehe, weil ich muss sowieso darüber gleiten und dann... Geht doch. Okay, jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn hier? Wo lande ich jetzt? Ja, natürlich. Wo denn auch sonst? Das macht alles andere ja auch keinen Sinn, mich hier hin zu schicken. Also, wenn ich da oben drin bin, direkt wieder Schwimmanzug anziehen natürlich. Habe ich nicht irgendwie alle... ...alle Sachen ausprobiert bei den Viechern? Und anscheinend habe ich das eine nicht gemacht. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Sag nicht, ich habe den zu niedrig kaputt gemacht. Ich habe den zu niedrig kaputt gemacht. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist das, wenn ich hier reinfalle? Ist der dann wieder da? Ja. Komm mal hoch hier. Sehr gut. Oh, da habe ich gerade eine Kiste gesehen. Aber das ist mir hier jetzt erstmal wichtiger. So. Erstmal wieder den schönen Anzug anziehen. Das hat mir im ersten Teil besser gefallen, weil da konnten wir, glaube ich, einfach schwimmen. So. Hey, Reisender! Hilf mir! Ich werde in diese Wasserpflanze... Was? Ich werde in diese Wasserpflanze gesaugt und komme nicht los. Wasserpflanze? Wasserpflanzen gibt es überall. Sie saugen Nährstoffe von der Oberfläche, um zu wachsen. Ich bin nur geschwommen, wie immer. Was ist mit dir? Bist du am Heulen? Ach, das war sein Magen. Ich dachte, was macht der denn für Geräusche? Oh, ich brauche Essen. Egal was. Ach, ich habe so Hunger. Hungriger Reisender. Ich habe so viel zu fressen dabei, ne? Aber wenn ich... Das kann ich dem bestimmt nicht geben. Ah, okay. Gib mir... Gib! Also... Ah, Essen! Gib her! Gib! 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 Oh, so gut! Das ist toll! Ich bin so... Froh! So froh zu leben! Oh, das war fantastisch! Ich habe noch nie so etwas Leckeres gegessen. Danke! Danke!